Willkommen zum ultimativen Lagerverkauf. Schauen Sie mal hier, da ist ja auch unser wunderbarer InFactory Laser Wecker mit Phaser, den schaltet man aus, indem man einfach hier versucht, morgens früh, wenn der Wecker klingelt, den Laser, den Phaser auf die rote Zielscheibe zu halten und dann genau in der Mitte die Diode trifft. Dann erst schaltet sich der Wecker aus und der Klingelton, der Nervende, der uns aus dem tiefsten, schönsten Schlaf gerissen hat, der hört dann auf. Natürlich hat der Wecker auch eine ganz normale Datumsanzeige, eine Zeitanzeige, eine Sekundenanzeige und natürlich auch hat der Wecker eine Snooze-Taste. So, und wie der Wecker denn im Einzelnen funktioniert und wie er denn uns auch weckt und wie wir den Wecker mit dem Phaser so richtig schön abschießen können, wenn wir ihn denn dann treffen und er uns dann letztendlich in Ruhe lässt, das zeigt uns jetzt ein kleiner Film, den wir heute Mittag gedreht haben. Dann sage ich einfach mal Film ab und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Dann gehen Sie einfach mal rein. Dann gehen wir, willkommen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der Kollege steht auf, sucht den Phaser. Noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ziel, 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 Ziel. In die Mitte, kommt ins rote, rote. Bumm. Ja, natürlich. Und der Wecker ist aus. Sound ist ein Licht. Er wacht so langsam auf, kommt, wird klar. So funktioniert der wunderbare Factory Laserwecker mit dem Phaser für einen Sale-Out-Preis von 14,90 Euro. Echt ein toller Hammerpreis. Ein toller Preis auch für Sie. Und wenn Sie bestellen wollen, das ist kein Problem. Das zeige ich Ihnen gleich. Das geht ganz einfach. Das ist die Bestellnummer NC 519 569, 14,90 Euro. Der In-Factory Phaserwecker. Und wenn Sie das Ganze noch mal als Produktblatt brauchen, keine Sorge, das haben wir auch noch mal gleich für Sie eingeblendet. Schauen Sie mal, da ist der Laserwecker mit Phaser. Der 1. Wecker, der sich ausschießen lässt. Die Bestellnummer, die NC 636 569. Ich hatte, das ist noch mal die NC 636 569. Natürlich kommt auch der Phaser mit einem Batteriefach. Da müssen Sie aber jetzt Batterien noch zusätzlich, Knopfzellen. Die kennen Sie bestimmt von Ihren Uhren. Die müssen Sie zusätzlich bestellen. Da sagen Sie einfach bei der Hotline Bescheid, dass Sie die passenden Batterien zur Phaser-Fernbedienung brauchen. Und dann wird Ihnen dort weitergeholfen. Ganz bestimmt. Jetzt ist es natürlich auch so, Sie kennen das ja, hm, was ist denn mit meinem Mann? Ich stehe zwar zeitig immer auf, der Mann hat vielleicht Früh- oder Spätschicht, hat einen ganz anderen Wecker, eine ganz andere Uhrzeit. Und der ist immer so grantig jedes Mal, wenn der aufsteht. Machen Sie ihm doch ein schönes Geschenk. Mal so zwischendurch. 14,90 Euro, der Sailor-Preis für unseren In-Factory-Wecker. Und vielleicht ist der beim nächsten Mal auch nicht mehr so grantig, wenn er dann jeden Morgen oder vielleicht jedes Wochenende erst mal schön mit dem Phaser auf die Zielscheibe schießen kann. Vielleicht trifft er auch nicht beim ersten Mal. und kommt dann vielleicht gleich dann irgendwann doch auf den roten Punkt beziehungsweise auf die Diode und erlebt erst mal morgen sein erstes Glücksgefühl. Na, und Sie kriegen einen frisch ausgeschlafenen, fröhlichen Mann an den Küchentisch, was auch nicht das Schlechteste ist, finde ich. Also der In-Factory-Laser-Wecker mit Phaser. Ich finde eine ganz lustige Sache. Sollte auf jeden Fall in jeden Haushalt mal rein, der ein bisschen Spaß hat. Und wenn Sie so eine Spaßkanone sind, wie ich glaube, dass Sie sind, dann sollten Sie sich den Client für 14,90 Euro im Sale-Out-Price gerne jetzt doch mal bestellen. In 48 Stunden maximal ist es doch bei Ihnen. Ich zeige Ihnen noch mal das Produktblatt. Das ist nämlich hier, schauen Sie mal, der Laser-Wecker mit Phaser. Wie gesagt, der erste Wecker, der sich ausschießen lässt. Hier die Bestellnummer, die NC 6316569. Sale-Out-Preis 14,90 Euro, die Bestellnummer. Wenn Sie die nicht kennen, wählen Sie einfach auf Ihrem Telefon und die 0,180, 5,1, 5,1 und dreimal die 2. Und dann haben Sie morgens früh auch hier, schauen Sie mal, ich ziele Sie gerade ab. So ungefähr wird das aussehen. So ungefähr sieht die Diode den Laser. Und dann geht der Wecker automatisch aus. Ja, so sieht es aus. Schauen Sie mal da, da versuche ich auch wieder gerade zu treffen. Das sehen Sie, ne? Sehen Sie hier den Laser. Und der funktioniert auf eine gewisse Reichweite. Also wenn Ihr Bett ein bisschen größer ist, Ihr Beistelltisch ein bisschen weiter weg, kein Problem, auch diese Phaser-Fernbedingung kommt auf Ihren InFactory Laser-Wecker drauf. So, ich hoffe, Sie kommen gut ins Bett oder stehen bald früh auf den Wecker, den Sie jetzt haben. Naja, gut, lassen Sie ihn erstmal stehen. In 48 Stunden ist ja Ihr neuer Wecker da. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie uns gut gesund. Oder am besten bleiben Sie dran. Nicht wahr? Und nochmal ganz ehrlich, aufstehen morgens mit einem besseren Gefühl als jetzt ist doch alle Male was wert, oder? Ich finde schon. Also, kommen Sie gut, seien Sie uns gut gesonnen. Ich sehe Sie hoffentlich bald wieder. Das war der InFactory Laser-Faser-Wecker. Tschüss.